hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's go und ja wie ihr uns schwer kennen können liegt bei uns der schlechter von arg buch 6 die silberwolke und ich glaube ziemlich sicher dass das ein teil ist den ich noch nicht gelesen habe das heißt es wird eine lesefolge kapitel 6 die silberwolke und das ist das kapitel direkt nach dem was die letzte folge gelesen haben wir sind also jetzt mit kilian also die folge steht hier sind mit kalian am wandern gewesen kalian ist ein edelmann der uns ja ich sag mal beobachtet hat als wir in der taverne die beiden affenmenschen geschlachtet haben und er ist ein mann der dafür gerät das ist nur ein bisschen rupen hoot einmal kann sich genau beschreiben ich kann sich genau beschreiben gerade wie dem auch sei wir sind jetzt in der letzten folge gewandert mit ihm und in arg angekommen und die letzte geschichte an endete irgendwie mit die prüfung oder so eine fähigkeit kalians die ich bis heute nicht verstanden habe war die fast ohne schlaf auszukommen schon während unserer reise hatte er sich stets weit nach mitternacht ins bett gelegt und steht war er vor mir wach gewesen meist noch lange vor der dämmerung der morgen verlief bei ihm gleich beiden leibend nach einer strengen routine sie begann mit einem 30 minütigen gespräch in einer sprache die ich nicht verstand anschließend begann er übung mit seinem gekrümmten säbel durchzuführen meist für eine gute stunde an zwei tagen der woche mehr dann ging er sich baden oder besprenkelte sein körper mit wasser wenn kein bach ins oder ein see in der nähe war bereitete sich ein frühstück aus einem mit bitteren kräuter versetzten getreideschleim zu den er mit einer meditativen ruhe aß als wären in ihm alle geheimnisse der purea verborgen insgesamt so schätze ich kam er pro nacht höchstens auf vier stunden schlaf und ich kam nicht herum mich zu wundern wie er dennoch jeden tag aufs neue so gesund und vital wirkte als hätte er soeben in den wassern inodanz gewartet hatte mich kalian auf der reise steht schlafen lassen weckte er mich an unserem ersten tag in arg bereits früh am morgen meine glieder füllten sich ob der durchzechten nacht wie blei an und für einen moment versuchte ich mit meinen schlafschwommenen blick den wassertruck ausfindig zu machen den ich in nebelheim stets zur morgenwäsche verwendet hatte dann jedoch wurde mir wieder bewusst wo ich war ich ächzte hiefte meinen körper in die vertikale und warf einen blick nach draußen beim rechten weg wie spät ist es die sonne war noch nicht einmal ansatzweise aufrühren als hätte kalian meine gedanken gelesen beantwortete er meine frage es sind noch zwei stunden bis zum harnschrei mein freund und bevor du jetzt etwas sagst er war gerade dabei sich sein schwert gut um die hüfte zu binden und drehte sich nun wieder zu mir um es muss sein wir haben eine verabredung ich wollte etwas erwidern aber das ergebnis war lediglich ein missmutiges brummen kalian fuhr fort triff mich in einer stunde vor dem letzten haus der wolken gasse ich werde deutlich warten mich aber bevor ich auch nur etwas hätte erwidern können war kalian aus dem raum entschwunden ich blieb einige momente verwirrt auf meiner bettkante sitzen richtete mich dann seufzend auf und ging hinüber zum fenster gedanken verloren ließ sich mein blick über die dächer der noch schlafenden stadt schweifen keine wolke verdunkelte das silberge licht des mondes und trotz der frühen stunde waren bereits etliche figuren auf der straße auszumachen ich kehrte einen moment in mich tatsächlich fühlte ich mich der trunkenheits kopf schmerzen zum trotz erstaunlich gut an die geschehnisse im roten ochsen dachte ich zwar nur noch selten aber in diesem moment erinnerte mich an kalians worte du hast ihre verbrechen gespürt und ihre schuld und der rausch war die belohnung für deine mut es war der nektar ihre sünden konnte das tatsächliche grund sein warum mich der mord zu kalt ließ weil er gerechtfertigt gewesen war ich dachte bitte nicht ich dachte etwas gutes mit einem laut der sowohl erheitert als auch verzweifelt klang schütte ich schüttelte ich mir die gedanken aus dem kopf stattdessen lenkte ich meinen blick auf das rege treiben in den gassen der stadt ich sah drei ausgemergelt wirken der schwere säcke die große straße entlang tragen die quer durch arg führte direkt hinter ihnen patrouillierten drei gerüstete gestalten vermutlich gardisten zwei frauen von den einen muskulösen breit und die andere schmal gebaut war zogen zu zweit einen schubkarren mit einem fass und drei bündeln heu in eine kleine gasse hinein die am hinterausgang der schenke vorbeiführte nachdenklich wandte ich mich ab und schlüpfte in meine gewänder ich speiste im schankraum machte mich anschließend mit einem halb neugierigen halb beklommenen gefühl auf den weg ich will euch nicht mit unnötigen details meiner ersten reise in arg langweilen denn mit großer wahrscheinlichkeit wisst ihr bereits wo jene straße liegt ich hatte es an jedem tag nicht gewusst und erst als mich eine wache mit einem skeptischen blick beäugte und zu einem halb auseinander fallenden lagerhaus deutete wurde mir bewusst wo ich mich befand und dass ich geschätzte 15 minuten vor der vereinbarten zeit am treffpunkt angekommen war die wolken gasse wie sie die städte bauer ohne ersichtlichen grund genannt hatten markierte nämlich nichts anderes als das ende des handwerker viertels und war jene gasse die zu dem großen in fels gehauenen tor führte dass ein jeder anständige oberstädter hoffte niemals durchschreiten zu müssen es markierte den eingang zur unterstadt verunsichert sah ich mich um ich wusste aus zahlreichen erziehungen nicht zuletzt aus der kalians dass die unterstadt ein ort war den es zu meiden galt es sei denn man hatte mit den helern und kriminellen dort irgendwelche machenschaften oder war eben derart verarmt dass man sich nicht mehr als eine der buchigen hütten dort unten hätte leisten können aber egal wie ich mir den kontrast zwischen der schönen hauptstadt und dem elenden unterstadt ausgemalt hatte immer war in meinem gedankenplatz für eine art übergang gewesen eine art transition zwischen reichtum und armut aber den schien es nicht zu geben blickte ich nach oben sah ich den eindrucksvollen beratenturm dessen namensgebende flugtiere gut situierte reisende direkt in die stadt oder aus ihr hinaus fliegen konnten neben mir prasselte rauschend ein großer wasserfall herab und wäre ich die kleine gasse wieder hinauf gegangen auf der ich vor ein wenigen minuten den verwinkelten marktplatz verlassen hatte hätte ich mich wieder im herzen des handwerker viertels befunden irritiert wandte ich mein blick wieder dem holztor zu dass man zwei bis an die zähne bewaffneten gardisten bewacht wurde konnte sich unmittelbar hinter diesem tor wirklich der eingang zu dieser anderen unschönen welt befinden ich spürte eine hand auf meiner schulter und wirbelte herum es war kalian du hast also hierher gefunden schön sagte er bist du bereit ich knüpfe meine augen argwünsch zusammen dass meine erste lektion mit der unterschatz zu tun haben würde war mir nun klar aber was genau erwartete mich ich denke schon und was genau haben wir vor kalian schmunzelte ganz einfach mein freund er löste seinen rucksack von deinen schultern und ging in die knie und daran nachher etwas zu suchen dann sah er wieder auf wir werden etwas spaß haben hatte ich bis vor wenigen momenten noch bezweifelt dass sich hinter der großen bewachten holztüre tatsächlich die unterstadt beschwinden konnte so verschwanden diese als die beiden wachmänner uns mit argwünscher miene einlass gewährten sie müssen uns für verrückt gehalten haben dachte ich als die beiden türflügel schließlich aufschwangen das war auch nicht weiter verwunderlich welcher oberstädter gesunden verstandes würde sich schon freiwillig in die unterstadt begeben wo es doch allseits bekannt war dass der orden und die garde dort unten quasi machtlos waren natürlich offiziell war dem nicht so aber unter der hand wusste jeder um die vereinbarung die der heilige orden mit der ralata jenem zusammenschluss zwielig der gestalten getroffen hatte ihr bleibt unter euch und wir unter uns demzufolge war die unterstadt sozusagen eine stadt in der stadt und sie war weiter aus düsterer als das oberirdische arg mit seinen rustikalen aber gemütlichen fachwerkhäusern springbrunnen und theatern die ralata kontrolliert dort jeden aspekt des lebens und wer auch aus welchen gründen auch immer das pech hatte dort unten leben zu wissen hatte sich ihr zu hinterwerfen ob er es nun wollte oder nicht mit einem schau dann erinnerte mich ich mich an die geschichte die ein reisender händler erzählt hatte dreh- und angelpunkt seiner erzählung war ein junger handelsmann gewesen der erst wenigen mondwänden vor dem grausamen geschehen dessen die sich ereignen sollten das begehrte abzeichnung der goldenen sicher verleihen ihn bekommen hatte das ihn als händler von bonität kennzeichnete jener junge mann jedoch wollte die abkürzung zum reichtum nehmen und hatte daraufhin begonnen mithilfe von ein paar arker burschen glimmerkappenstaub zu sammeln dass die herstellung von glimmerkappenstaub mehr oder minder offiziell ein privileg der ralata war hielt den jungen mann nicht davon ab seine kohorte aus arglosen boom in eine höhle nahe der westküste zu schicken um dort mehr glaubte unbehelligt seinen eigenen einstieg in das geschäft mit der tödlichen droge zu beginnen für eine knappe mondwende ging das geschäft gut und sein groschenbeutel füllte sich schneller als die tränkhörner einer gut besuchten kneipe als er dann eines morgens jedoch zur grotte tritt und aus der seine sammler die pilze gewannen fand er den ort verlassen vor nur vier manns hohe körbe fanden sich auf der ladefläche eines eines karrens der den eingang zur grotte versperrte die körbe waren bis zum anschlag mit glimmerkappen pilzen gefüllt doch eigentlich doch ging ein eigentümlicher geruch von ihnen aus als der händler seinen leibwächter befahl den inhalt auf den boden zu schippen rollte aus jedem der körper eine andere sorte abgetrennte extremitäten auf dem boden arme beine torsi köpfe letztere waren fein säuberlich abgetrennt worden so dass kein zweifel daran bestand wen sie einst gehört hatten fünf davon gehörten den unglückseligen burschen die sich bei dem händler einen kleinen zuverdienst erarbeitet hatten zwei andere gehörten seinen tächtern der achte kopf war der seine gefährtin in ihre stirnwand folgende worte geritzt sherem ralata der ralata vergisst nicht den händler selbst ließen sie leben hatten der alte mann seine geschichten beendet in dem kontor der goldene sicher ließ er sich jedoch nie wieder sehen und gerüchten zufolge nahm er sich einigen botwenden danach das leben jetzt sind wir hier mir wurde unwohl alles an uns schrie nach oberstadt und wohlstand unsere gebärden unsere teuren gewänder karlians dolch eine treppe führte hinunter die drohenden herben in dunkelheit erst als wir gute 15 minuten hinab gestiegen waren begannen wir die ersten anzeichen menschlichen lebens zu erkennen die luft war kalt und feucht und es roch nach amoniak moder und nassen stein wir kamen am ende der langen steintreppe an hölzerne planken markierten eine art weg der in einem vielleicht 30 haben weit hohen stollen führte die erste hütte die wir passierten war derart gedrängt in eine natürliche felsecke gebaut dass ich sie um ein haar nicht erkannt hätte mächtige rostfarbene rohre die aus den wänden kamen und im boden wieder verschwanden wandten sich um die brüchigen holzplanken aus denen das holz ausgebaut wurde kalte gelbe lichtstrahlen brachen aus dem vernagelten fenster hervor und ich hörte gedämpfte stimme aus ihnen herausklingen die hauswände welche nicht direkt von der felsraum schlossen waren mit alt waren mit alten kisten und fässern zugestellt manche davon zerbrochen mittlerweile hatten mehr und mehr der hüttenbewohner kalians und meine anwesenheit bemerkt einige von ihnen beäugten uns misstrauisch und sahen dann wieder weg andere hingegen stand uns gerade heraus an während wir immer weiter erhöhten passierten sahen wir sogar einige vor den auge gebäuden ausgestellte überdachte konstruktion die wohl so etwas wie marktstände darstellten auf ihnen wurde allerlei waren frei geboten von fischen über gewürzen bis zu ungesehen aussehende brot und gemüse kalian schienen die blicke der passanten nicht zu stören er beschleunigte seinen schritt und verschwand hinter einer ecke ich folgte ihm und was ich sah verschlug mir den atem vor mir erstreckte sich eine gigantische höhle deren decke so hoch war dass dort zwei ganze reichwachtürmer ein hinteren aufeinander hinein gepasst hätten schalaktiten hingen wie versteinerte eiszapfen von der decke und aus der ferne sah ich einen eindrucksvollen wasserfall aus der felswand herausbrechen häuser aus dunklem holz und mit schiefen dächern waren in der gesamten höhle auf dockartigen plattformen erbaut die über treppen und hängebrücken miteinander verbunden waren und sowohl von stützfeilern als auch von den steinsäulen der höhle gehalten wurden je weiter vom zentrum der höhle entfernt sich die häuser befanden desto höher wurden sie so dass die gesamte architektur in mir die assoziation eines gigantischen amphitheaters erhau rief im zentrum selbst standen die gebäude auf dem baren felsboden und erscheinen sich sowohl in form als auch in aussehen stark von den auf den plattformen erbauten wohngebäuden ich sah ein steinerndes gebäude das mit seinem hohen dach und einem spitz zu laufenden turm an einen kleinen tempel erinnerte einige dutzend arbeit daneben stand ein anderes mehrstöckiges haus es war ebenfalls so stein gebaut und aus seinen gläsernen fenstern schien ein rötlich milchiges licht zahlreiches mensch zahlreiche menschen trümmelten sich im zentrum und obwohl sich mein aussichtspunkt nahe dem bunten freistehen platz befand der wurde tatsächlich im mittelpunkt dieser unterirdischen stadt markierte könnte ich aufgrund der dunkelheit kaum mehr als die silhouetten der gestalten erkennen die unterstadt sie hatte sich ihren namen verdient ein bulliger mann riss mich aus meinen gedanken als er mich im vorbeigehen unsanft beiseite rammte ich seufzte und wischte mir den schweiß von der stirn der sich trotz der kühlen luft dort angesammelt hatte dann sah ich mich nach kalian um der mir vorausgegangen war ich erspähte ihn am fuß einer treppe unter einem kahlen krummen baum er unterhielt sich mit jemanden hastig ging ich die stufen hinab als ich mich kalian und seinen gesprächspartner näherte deute dieser bereits fragend auf mich woraufhin kalian eine beschwichtende geste machte erst als ich zu ihn trat begriff ich dass es sich bei kalians gegenüber um eine frau handelte sie hatte kurz geschorenes blondes haar was auf einen starken kontrast zu ihrem eigentlich weichen sanften gesicht mit ihr seinen vollen roten lippen bildete ihre augen jedoch ich spürte wie sie etwas in meinem magen sanft aufgenommen protestierend wütend als ich unsere blicke trafen die augen der jungen frau waren eisblau und so grell dass sie selbst in der diffusen lichtstimmung der höhle zu leuchten schienen aber so objektiv schön sie auch sein mochten etwas an ihnen löste eine gefühlsregung in mir hervor die sie nicht zu deuten wusste sie waren kalt noch bevor ich jedoch der wieder in mir klingenden stimme beachtung schenken konnte ergriff kalian das wort darf ich vorstellen ja ihr er wies mit einem nach oben gerichteten er wies mit nach oben gerichtete offener handfläche auf die junge frau das ist ja lena ich versuchte etwas zu erwidern aber es ist lang mehr ja lena musterte mich kurz von kopf bis fuß und wandte ihren blick ab er wirkt als würde er sich gleich in die hose machen seid ihr euch absolut sicher noch ist es nicht zu spät kalian lächelte charmant und nickte bin ich und ihr könnt ihm vertrauen dafür gebe ich euch mein wort die frau biss sich kurz auf die lippen und furchte die augenbrauen dann erwiderte sie kalians nicken na schön dann los wir setzen uns in bewegung war es meine einbildung oder war die anzahl der hasserfüllten blicke die uns zugeworfen höher geworden mit einem mal fühlte sich die luft schwere an die dunkelheit der höhle drückender kalian warf mir ein blick über die schulter zu in seinem blick ließ sich keine spur von angst oder beklommenheit erkennen nein auf eine gewisse art und weise glommte in seinen augen gar vorfreude aber weshalb dass sich hier unten allerlei zwielichte gestalten herumtrieben war mir klar aber warum wirkten kalian und unsere führerin so vertraut unser ziel war eine dunkle gasse direkt neben dem mehrstöckigen haus mit den roten fenstern dass ein schild am eingang als ja silberwolke auswies entschlossenen strittes tauchte die frau in die dunkelheit ein und wir folgten ihr im schatten der gebäude war stockfinster und mir wurde noch unwohler als ich sah dass unsere führerin am ende der gasse in eine noch kleinere einbog das ist ein labyrinth und ein verdammt gefährliches noch dazu bis auf müllhaufen und fekalien fitzen war die gasse außerdem menschen leer nur zweimal begegneten wir menschen zunächst zwei männern die sich an einem kleinen vor lagerfeuer wärmten als jalena das feuer aus der ferne sah beschleunigte sie ihren schritt und trat einem der beiden männer mit voller wucht an den kopf dieser stieß einen erstickten schrei aus und ging zu boden woraufhin der andere erschrocken versuchte sich aus der wand aufzurichten jalena ließ es nicht dazu kommen und beugte sich zu ihm vor ihr gesicht nahe an dem des bettlers und murmelte etwas von offenes feuer gasse und die geschwister daraufhin schmetterte sie ihn zu boden bedeutete uns weiter zu gehen unsere zweite begegnung mit menschen in dem dunklen unterirdischen ihr garten war die mit einer in lagen gehüllten gestalt die ebenfalls in der woche eines hauses gekauert saß die aufgrund ihrer verschleierung überhaupt nicht wahrnahm als sie jedoch passierte streckte sie eine knochige hand aus und packte mich am schenkel ich stieß einen schrei aus und drehte mich um daraufhin hob sie ihren schleier vom kopf und offenbarte einen vom eitrigen pulsierenden geschwüren überfeuertes gesicht welches einst jener einer frau meines alters gewesen sein musste fleischmann sie flüsterte etwas was dem ton zufolge eine flehende bitte hätte gewesen sein sollen aber ihr der deformierter mund brachte lediglich ein guter rasselndes geräusch zuvor ruckartig entzog ich meine bein ihrer klappe und eilte kaljan und jalena hinterher als wir schließlich nach einer gefühlten ewigkeit ankam war ich erschöpft wie nach einem tag strammer wanderung und ich fürchte fürchtete den nur widerwärtigen geruch der nun an mir haftete nie wieder loszuwerden jalena machte vor einer dicken stahl tür halt und klopfte zweimal nach einigen momenten öffnete sich eine luke und zwei von buschigen braun bewachte augen blickten aus dem inneren nach draußen als sie unsere führen erkannten hörte ich das geräusch eines geschobenen riegels und die tür öffnete sich der türwärter war ein unauffälliger mann mit kurz geschorenem haar der mich auf eine unangenehme art und weise an mich selbst erinnerte er sah uns abwägend an aber aus seinen gebärden wurde augenblicklich klar dass er jalena untergeordnet war erleichtert stellte ich fest dass das gebäude das wir betraten anders als sein exterior hätte vermuten sollen sauber und von mehreren an der wand verankerten kerzenhalter hell beleuchtet war ja sogar ein leichter hauch von lavendel lag in der luft was mir nach dem allgegen gewärtigen fekalien gestand der letzten stunden wie der duft von ihr landes haar vorkam wortlos wurden kalian und ich in einem schmalen korridor entlang geleitet der von zahlreichen verriegelten türen gespickt war trotz des sanften lichtes das unter ihnen hervordrang wirkten sie auf mich beklemmt wie kerker zellen am ende des ganges stieß sie alleine eine weitere tür auf der raum der sich uns präsentierte war beeindruckend ausgeschmückt nur mit den feinsten möbeln und kissen tauchte ich in ihn tauchte ihnen ein goldener von der decke hängende kronleuchter in ein schwaches orangefarbenes licht ein nebel hänge in der luft und als ich mein blick über die niedrig aufgestellten von sitzkissen umgebenden tische schweifen ließ wurde mir klar woher der lavendelgeruch stammte insgesamt boten die verschiedenen sitzmöglichkeiten platz für gut zwei dutzend personen aber außer uns dem torwächter und jalena sah ich nur drei andere gäste die für sich an einzelnen tischen saßen weintranken und wasserpfeife rauchten eine sanfte hafenmusik entklang aus einer ecke des raumes die ich nicht einsehen konnte ich begann mich wieder wohler zu fühlen war dies vielleicht nur eine tabak schenke vielleicht ein exklusiver laden für ein noch exklusiveres klientel welche exklusive klientel den beschwerlichen weg durch die gassen auf sich nehmen sollte nur um ein paar pfeifen friedenskraut mit lavendelgeruch zu rauchen wollte sich mir nicht erschließen ich schützte die lippen und warf einen hilfesuchenden blick in richtung kalian dieser lächelte nur zufrieden und micte mir kaum merklich zu nehmt platz sagte jalena und wies auf einen freien tisch in einer ecke dann setzte ich sie sich wortlos in bewegung und verschwand hinter einem vorhang während der torwächter sich wieder zurück zum eingang begab ich wollte gerade ansetzen und etwas sagen aber kalian signalisierte mir zu warten wir nahmen platz ich sah mich verstohlen um und inspizierte die anderen gäste zwei männer einer davon jung ein anderer davon alt und eine ältere frau mit zu einem strengen dutt geknoteten haaren allesamt wirkten sie in ihrer gewandung nach zu urteilen wohlhabend so wie wir sie schenkten uns keinerlei beachtung kalian griff nach einer auf dem tisch lehende kerze und hielt diese unter den topf der wasserpfeife dann lehnte er sich zurück unsere sitzkissen lagen unmittelbar vor einer wand und gähnt frohgemut er sah mit seligen entspannten blick auf die wasserpfeife in deren topf sich langsam erste blasen zu bilden begann einige momente lang tat ich es ihm gleich dann entschloss ich mich dazu das schweigen zu brechen kalian er schnitt mir mit einer geste das wort ab und schüttete beinahe nachsichtig den kopf entspann dich einfach mein freund er fühlt fühlte mit einer hand den topf der wasserpfeife entspann dich wir warteten gut 30 minuten bis ein dicklicher freundlich lächelnder mann auf uns zukam der sich uns selbst contis vorstellte als erstes fiel mir an ihm auf dass der linke ärmel seines teuer aussehenden burgunderfarbenen gewandes schlaff herabhing er war ein einarmig dann als er uns beiden seiten rechte zur begrüßung hin streckte bemerkte ich die zahlreichen schildern der ringe die er an seinen fleischigen fingern trug ein überaus angenehmer geruch schlicht sich in meine nase der von seinem parfüm stammte es dürftete würzig und süß entschuldigte bitte die verzögerung eröffnete er das gespräch mit seiner dunklen basslastigen stimme die nicht zu seinem aussehen passte wir haben viele kunden darf ich platz nehmen kaljan bejahte die floskel und contis setzte sich uns beiden gegenüber eine weile lang sagte keiner von uns dreien etwas und ich spürte wie uns contis dunkle scharfsinnige augen prüfen musterten dann nickte er wohlwollend wohlanden formalitäten zuerst er förderte ein zusammengefaltetes pergament aus dem inneren seines gewandes zu tagen und studierte es jarymon von blute batila 46 winteralt geschwäftsmann und ah ihr kommt aus arazial donnerwetter ihr sprecht sehr gutes indralejisch wenn ihr das kompliment gestattet die frage schien sich an kaljan zu richten er lächelte übung macht den meister schätze ich contis nickte in der tat das tut sie na gut und dann hätten wir noch jael vom blute thalas auch arazialaner ich nickte und versuchte dabei kaljan sympathisches lächeln nachzuempfinden sehr schön er faltete das pergament wieder zusammen und beugte sich ein stück vor dann fangen wir an einen verstanden kaljan blies also einen faufenreich pfeifenrauch schräg nach oben aus seine augen waren leicht neblig wie man das von friedenskraut konsumenten kannte aber er wirkte nichts dessen trotz bei klarem verstand ich bitte darum sagte er lasst mich nur noch einmal der vollständigkeit halber die regeln und den ablauf eures hoffentlich nicht letzten besuches erklären er sprach die worte freundlich aus aber ich spürte wie eine gewisse schärfe in ihnen mitschwang ein bediensteter wird euch sobald ihr den rest gezahlt habt wir zahlen bevor wir die erleistung erhalten haben kaljan wirkte empört das sind die regeln mir sehr es tut mir sehr leid erwiderte kontes ohne den blick zu senken kaljan bedachte den korpulenten mann mit einem unzufriedenen blick aber signalisierte dann mit einer handbewegung ein verständnis kontes lächelte gut also ein bediensteter wird ein signal geben und euch daraufhin in eure kammern leiten bzw er warf einen blick auf das pergament in eure kammer dort warten dann die mädchen was dann geschieht bleibt euch ganz überlassen die mädchen ein schauer überfuhr erfuhr meinen rücken hier runter und ich warf kaljan einen nervösen blick zu geht es euch gut miss herr fragte kontes der meinen blick bemerkt hatte noch bevor ich zu einer erwiderung ansetzen konnte ergriff kaljan das wort er ist nur ein wenig aufgeregt er warf einen ruhigen blick zu es ist sein erstes mal kontes rundselte die stirn verstehe nun ja sobald ihr fertig seid läutet ihr die goldene glocke am nachttisch wartet einige augenblicke und läutet dann erneut anschließend wird jemand erscheinen und sich um die er schien um das richtige wort zu ringen den rest kümmern und das wäre es dann auch schon er ließ seinen blick von kaljan zu mir und wieder zurückschwenken gibt es eurerseits noch fragen kaljan hatte welche ich schätze wir verlassen diesen ort auf demselben weg wie wir ihn betreten haben ja ja lena wird euch wieder nach draußen geleiten mein kumpan brummte missmutig verstehe und ihr garantiert für unsere anonymität kontes lachte kurz auf wir garantieren dass euch niemand außer unseren bediensteten diesen bits ort betreten und verlassen gesehen haben wird und ihr könnt euch sicher sein dass unsere anderen gäste kein interesse haben eurer anwesenheit kundzutun warum muss ich euch vermutlich nicht erklären kaljan schien kurz nachzudenken und rieb sich den kinn mit dem daumen und zeigefinger dann nickte er zustimmend und streckte konnte seine kräftige hand entgegen einverstanden dann haben wir einen handel kontes lächelte zufrieden und schüttete erst kaljans hand dann meine sein händedruck war stark und fest anschließend nahm kaljan einen kleinen prall gefüllten lederbeutel aus dem inneren seines mantels und entleerte ihn auf den tisch 15 gold taler ihr könnt es nachziehen wenn ihr wollt meine augen weiteten sich 15 gold taler was für ein vermögen ein taler entsprach eine summe von 1000 groschen 1000 groschen das war genug für ein anständiges haus oder ein schlachtrost der edelsten züchtung mir wurde windelig bei dem gedanken welcherlei dinge man für die 15 fache summe erstehen können musste aber dennoch verzog kaljan keine miete meinem anblick das im lauen licht schimmernden gold ist waren es kaljans mysteriöse brüder und schwestern deren schatzkammern der reichtum vor meinen augen entstammten sie mussten es sein und ich wandte mich mit einem unguten gefühl von dem augenblick der münzen ab und sah unseren gastgeber an dieser bedachte die münzen mit einem zufriedenen blick das wird nicht notwendig sein er machte eine winkende geste mit seiner hand und ein schlachsiger junge in einem roten gewand trat zwischen zwei vorhänge hervor sein kopf in einer geste der demut gesenkt als er unseren tisch erreicht hatte deutete kontes lediglich auf die münzen der junge sammelte sie flink und geräuschlos ein und trug sie davon erst als der knabe zurück hinter den beiden vorhängen verschwunden war nahm kontes den gesprächsfaden wieder auf wohl an denn dann genießt es kaljan lächelte und blies eine wolke pfeifenqualm aus danke ohne ein weiteres wort richtete sich kontes auf und verschwand es dauerte nur fünf minuten da öffneten sich die vorhänge wieder und der schlanke junge signalisierte uns ihm zu folgen kaljan nickte nur kurz und nahm einen letzten zug aus der pfeife ich stellte beunruhigt fest dass er beinahe zwei ganze töpfe friedenskraut geraut hatte eine menge die ausreichend war um einen übermütigen unerfahrenen jungen gesellen für mehrere stunden in einen komatösen schlubber zu versetzen kaljan jedoch wirkte kein deuten moide nein seine augen hatten zwar jeden für friedenskraut konsum charakteristischen milchigen schimmer und dass jede seiner bewegung sprach gelassenheit aber ich erkannte in seinem blick darüber hinaus das seltsame einschüchternde der glimmen das er an jedem abend für einen kurzen augenblick gehabt hatte als er mir von dem nektar der sünden erzählt hatte wir richteten uns auf und wir schritten den raum in der richtung des jungs selbst als wir direkt vor ihm standen hob er seinen kopf nicht sondern sah weiterhin auf den boden er drehte sich um wir folgten ihn in den langen korridor der sich hinter den beiden vorhängen offenbarte ähnlich wie in den gang der vom eingangsbereich in den salon geführt hatte waren auch hier zettel traktartig schwere stahltüren in abstand von gut acht arm weit eingelassen über deren torbogen auf eine sündhaft teuer aus den goldenen plakette die eine nummer stand wir hielten bei der nummer 16 an kommentarlos löste der junge einen schweren schlüssel von einem großen bund und drückte ihn kaljan in die hand dann verbeugte er sich kurz wandte sich ab und ging kaljan ließ den schlüssel kurz auf taschenspielerische art und weise um seine finger tanzen und führte ihn dann in das schloss der tür ein sie öffnete sich geräuschlos das zimmer war geräumig und luxuriös eingerichtet von einem kronleuchter kam flackerndes kerzenlicht das von einem purpuren Papierschirm gefärbt war ein pompöses himmelbett stand in der mitte und die luft roch stark nach rosen und lavendel doch bevor ich die jedoch die zwei gefetzelten mädchen sah fuhr mir ein kalter schauer die werbelsäule hinab als ich den raum hinter kaljan betrat und die schwere tür ins schloss fiel und noch bevor kaljan mir erklären sollte welche dienstleistung genau dieser ort er brachte fügten sich die einzelteile des zersprungenen mosaiks zu einem erschreckend klaren und schaurigen ganzen zusammen mit überforderter miene sprach sprang mein blick zwischen den verschiedenen unmissverständlichen elementen des raum 16 hin und her die leeren zweifelsohne von rauschgift benebelten augen der auf dem bett liegenden gefesselten mädchen splitternackt das auf einem kleinen tisch bereit liegende schirche mit kantigen kern die ich bin eine sekunde als jene der stechpalmbäre identifizierte und um deren aphrodisierende wirkung selbst die bäckersfrau aus alt hinter arand wusste und schließlich die an den wänden hingen den utensilien gefällt es dir kaljan er fragte kaljan der sich auf einem ausladenden arrangement von burgunderfarbenen sitzkissen niedergelassen hatte er befand sich kaum einen arm weit von den beiden gefesselten mädchen auf dem bett liegenden mädchen entfernt und bedachte sie jedoch mit keinem blick in seinen wundwinkeln tanzen auch immer das lächeln das er niemals abzulegen scheint wir werden etwas spaß haben monster dachte ich fassungslos ohne ein weiteres wort griff ich kaljan an mit einem lauten schrei sprang ich nach vorne warf mich auf ihn und begann ihn zu würgen kaljan hatte scheinbar nicht damit gerechnet und für einen augenblick schien es als hätte ich die oberhand dann begann er trotz meines übergriffes zu lachen oder versuchte es das ergebnis war ein ersticktes röcheln voller zorn verstärkte ich den druck meiner hände während mein gesicht zu einer hasserfüllten fratze wurde dies hinderte kaljan jedoch nicht daran weiter zu lachen ja seine augen glomm nur fröhlich vor erheiterung und freude und wäre ich es nicht gewesen der den hals des mannes unter mir mit voller kraft zu zerquetschen versuchte hätte ich die szene vermutlich für einen fingierten schaukampf gehalten er machte keine anstalten sich aus meiner umklammerung zu befreien mistgerl elender du verdammtes stück dreck ich drückte fest dazu fester ich fühlte wie sich die badstoppeln kaljans in meiner handflächen bohrten wie ich das warme fleisch unter meinen fingerkuppen eindrückte aber nichts geschah kaljan lachte nur weiter und erst seit 60 sekunden verstrichen waren wurde mir klar dass jeder normale mensch bereits das bewusstsein verloren hätte verlieren müssen aber es passierte einfach nicht nichts passierte irgendwann spürte ich wie kaljans gelächter erstickte aber nicht etwa weil ich ihn getötet hatte nein in seinem gericht gesicht das nicht einmal rot angelaufen war kehrte wieder jener ausdruck seliger gelassenheit zurück mit dem er den raum betreten hatte mit einmal kam ich mir hilflos vor hilflos und lächelte so hatte ich kaljan die kämpfen gesehen aber schon vom tag unserer begegnung an hatte ich die aura der macht gespürt die ihn umgab wie ein hitzeschleier ein offenes feuer er war gefährlich ich bekam es mit der angst zu tun er könnte mich töten schoss es mir durch den kopf einmal zweimal dann immer wieder gleich einem trommelwirbel düsterer paukenschläge er könnte mich töten werde ich aber nicht sagte kaljan seine lippen bewegten sich keinen finger breit er legte dann legte er seine rechte hand auf meine brust und nur eine sekunde später flog ich wie von der wucht einer kanonenkugel getroffen nach hinten landete mit einem heftigen aufprall auf dem steinboden und verlor das bewusstsein eine bisschen ja ich sag mal verwirrendere geschichte aber ähm mal gucken wie es dann weiter geht das ähm wir haben ja jetzt erfahren ich weiß noch nicht ob das jetzt dass die einfach nur ficken wollen oder ob die jetzt eine rache fällt zu beginnen man kann es nicht wissen naja ich würde auf jeden Fall sagen bis zur nächsten Folge und tschüss